Guten Abend und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Metroid Stream mit Metroid Zero Mission. Ich werde einfach mal los starten, muss ich sagen. Und zwar an dem Punkt, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich weiß übrigens nicht, wie lange ich für diesen Abschnitt brauchen werde. Das ist das, ich würde es als Epilog bezeichnen von Metroid Zero Mission, aber es wird sich noch zeigen, wie lange ich dafür brauchen werde. Also freut euch darauf. Ich weiß dementsprechend auch nicht, wie lange dieser Stream dauern wird. Wir haben nur diesen kleinen Phaser. Wir machen doch wieder hoch die Musik. Ich glaube, es sollte passen. Okay. Wir sind, wie ihr seht, sind wir extrem anfällig für alles. Weil wir haben keine Leben und keine Ausrüstung. Wir sind Zero Suit Samus. Ist übrigens ihr erster Auftritt. Und deswegen wollen wir jedem Gegner nach Möglichkeit aus dem Weg gehen. Wir sind auf dem Mutterschiff. Das ist halt echt kein gutes Gebiet für mich. Ich erinnere mich sehr, sehr stark daran, dass das alles sehr, sehr schwer war. Jetzt haben wir die Karte vom Mutterschiff. Und da seht ihr diesen schmalen Tunnel an dieser großen Kammer. Da wollen wir hin. Aber natürlich nicht so, wie wir jetzt sind. Sondern anders. Ich will es nicht spoilern für Leute, die es doch ein bisschen ruhiger machen. Es ist zumindest in meinen Ohren ein bisschen laut. Wer es anders sieht, soll Bescheid sagen. Ach doch, wir kommen oben lang. Okay. Ich war mit halt Sachen, die sehe, ob die... Ja, speichern. Ob die Tanks aufgefüllt werden oder nicht. Oder ob wir dauerhaft nur die 99% haben in diesem Zustand. So. Und jetzt heißt es nämlich schleichen. Shit. Das hat doch nicht funktioniert. So ähnlich könnt ihr euch das übrigens dann auch in Dread vorstellen. Weil das, wie diese Roboter agiert haben, hat mich extrem hieran erinnert. Weil sie reg... Weil, wenn ich mich richtig erinnere... Ne, sie haben die Gebiete nicht abgeriegelt. Aber sie verfolgen einen... Oh, wir haben zwei... Wir sind halt wirklich aus Glas aktuell. Ähm... Sie hat... Sie wurde auch dort... krass verfolgt. Und da gab es auch, glaube ich, in dem Gameplay-Footage... Ähm... Oh, wenn ich mich richtig erinnere, zerbröselt hier der Boden. Aber wir müssen da lang. Ja. Ah, shit. Hier kommen wir nicht weiter. Ich hasse diese Stelle, ehrlich gesagt. Wie die Pest. Kommen wir hier lang. Scheiße, wir werden sterben. Samos wird sterben. Und jetzt Samos. Und tot. Das ist... Mit Abstand der schwerste Bereich. So, mal gucken, ob wir es diesmal hier besser machen können. Oh, du Sack. Okay, ich glaube, er soll einen entdecken. Nein. Oh, das läuft gerade richtig schlecht. Wir sind tot. Vor allem, wenn man hier auf die brüchige Stelle tritt. Oh. Man fällt doch nicht runter. Okay. So. Aber wir sind trotzdem tot. So viel kann ich schon versprechen, weil... An der anderen Stelle hier... Weiß die Tatsache gerade nicht, wie es... Ich muss schnell sein. Aber ich komme hier, glaube ich, nicht ohne Treffer durch. Weil diese Stelle ist... So gedacht, dass man halt getroffen... Dass man diese... Dass man diese Laserschranke aus... Auslöst. Gut, ich habe mir vor dem Stream noch Sorgen gemacht, dass... Dass der Stream vielleicht schrecklich kurz sein könnte. Diese Sorge habe ich inzwischen nicht mehr. Ja, er soll einen erwischen. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ja, lief zumindest besser als bei dem Versuch eben. Und... Wer den letzten Stream nicht gesehen hat, oder noch nicht gesehen hat, weil ich bin mir ziemlich sicher. Jeder, der diesen Stream sehen wird, wird den Samstag Stream, also den langen Metroid Stream, ähm... Natürlich nachholen. Aber da wird am Ende, quasi wenn man so aufwacht, sage ich jetzt mal... Wurde ihm gesagt, dass diese Pistole, die wir bei uns haben, nur betäumt. So. Hoch mit dir. Nein! Nuck dich doch mal! Ja. Aus Glas, wie gesagt. Und an alle Fotosensiven Menschen, es tut mir wirklich leid, dass diese Speicherstation den ganzen Raum zum Flackern bringt. Jeden Energy Tank, den ich habe, der ist goldwert. Das Fiese ist halt wirklich, dass diese Stelle so gemacht ist, dass man den Alarm auslöst. Oh, yes. So eine Stelle mit einer hohen Wand, die einen vor der Verfolgung schützt, gibt es in Fusion auch nochmal. Ich vergleiche dieses Spiel nicht zum ersten Mal mit Metroid Fusion, was auch nicht verwunderlich ist. Es müsste tatsächlich die gleiche Engine sein und Metroid Fusion kam kurz vor Metroid Zero Mission raus. Okay, nehmen wir den Speicherpunkt mit. Das Gute ist, das sind hier, ich glaube, das haben nämlich die anderen Speicherpunkte nicht gemacht, die Leben aufgefüllt. Das sind aber spezielle Speicherpunkte in diesem Gebiet, meine ich. Oh Gott, dieses krasse Flimmern. Weil sie schon wussten, dass es sonst nicht machbar ist. Vielleicht wurde es sogar nachgebessert. So. Das war riskant. Ah, shit. Ah, shit, ich wusste, hier war eine Falle. Ich liebe es, dass ich sie selber tulken kann. Okay, dann so. Oh, stimmt die Suchlichter. Oh, stimmt die Suchlichter. Ich glaube, wir wollen hier lang. Es gibt zwei Sorten von Suchlichtern. Einmal diese Kugeln. Und dann gibt es noch eine andere Variante. Also, zu der kommen wir gleich. Dieses Flimmern, ey. Dieses Flimmern. Oh, hier ist die andere Sorte von... Nee. Doch, das müsste auch... Der Raum ist eklig. Okay, aber hier ist das noch nicht, was ich meine. Oh, scheiße. ... So. Dann muss ich nämlich hier verstecken. Das lief besser als gedacht. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch mit anderem Kram gerechnet. Ah! Und das meine ich jetzt. Es gibt halt so fiese Stellen, wo man gezwungen wird. Oh, shittily shit. Sind die echt schneller als ich? Das ist ja unerhört. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe schon mal gesagt, dass ich liebe, dass sie sich gegenseitig abschießen können. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Ihr könnt vielleicht die Höhlenmalereien, also hier jetzt nicht, aber die Höhlenmalereien, gerade in dem anderen... Höhlenmalereien klingt auch... Die Wandbemalungen. Ähm. Konntet ihr vielleicht schon erahnen, wo wir hinwollen. Hier sieht man es nochmal deutlicher. Ich haße diese... Diese Suchlichter. Ja, fuck. Ich muss hier lang. Zerschein. Ja, das ist so. Ich muss hier lang. Ich muss hier lang. Das ist ja schön. Hier sieht man es ganz gut. Wir gehen, glaube ich, weiter nach oben, weil ich mich richtig erinnere. Hier, das ist die andere Sorte von Suchlichtern. Oh, warum flimmert das denn alles? Ist auf dem Gameboy damals auch geflimmert? Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. So, ich glaube nämlich, das Bein wäre zu viel gewesen. Oh, oh, oh. So, und hier gibt es eine fiese Stelle. Shit. Fiese Stelle war dann nicht hier. Oh, oh. Die fiese Stelle konnte ich euch nicht wirklich vorführen, weil eigentlich sollte man sich im Schatten verstecken. Dann geht er nämlich nach links und kommt dann durch diesen kleinen Tunnel, den wir auch gerade genutzt haben, nämlich hinterrücks wieder. Ah, clever. Also sollte der Stream doch irgendwie kürzer werden als erwartet, dann machen wir vielleicht noch eine Victory Lab vorher. Wir werden sehen. Also mit Victory Lab meine ich, dass wir dann nochmal die ganzen Items, die wir hier nämlich freischalten werden. Ups, Spoiler, Entschuldigung. Das da zum Beispiel. Wenn wir dann mal nutzen, um quasi noch ein paar Items zu holen. Das finde ich sehr ungünstig, muss ich gestehen. So, ich glaube, wir wollen erst nach links. Ja. Aber so ist das Spiel nochmal gedacht. Wird es also aufgebaut. Oh Gott, dieses Flimmern. Dieses verdammte Flimmern, ey. All right. Und das Item ist weg. Die Powerbombe. Sie ist weg. Sie wurde gestohlen. Von ihm. Welche Zerstörungen sie damit anrichten könnten, die Space Pirates. Kaum auszumalen. Oh. Shit. Habe ich gepennt. Oh, da ist noch ein Auge. Sehr schön. Oh. 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 Geh doch mal weg da. Oh. Nicht wiss. Ah, shit. Gott. Ich hasse diesen Ort. Und ich erinnere mich tatsache an diesen Raum. An diesen Krabbelraum. Shit. Na auf, Samus. Na auf. Bleib niemals stehen. Hat grad sich die Musik reset? Ah, shit. Fuck. Und deswegen geht man immer erst nach links. So, ich glaube zwar nicht, dass ich das jetzt besser machen kann als eben. Aber ich werde es zumindest versuchen. Obwohl doch müsste ich besser hinkriegen, weil ich muss mich einfach drucken und nicht pennen, wenn ich da in diesem Überwachungsraum stehe. Und schon ist mein Leben einfacher. Gott, dieses Flimmern. Ich kann mich nicht erinnern, dass er es früher geflimmert hat. Auch nicht, wenn man es auf dem Fernseher gespielt hat. Liegt das vielleicht das an HD? Könnte das sein? Ja, ich kann mich echt nicht mehr entsinnen, dass das so geflimmert haben soll. Ja, ich kann mich echt nicht mehr entsinnen, dass das so geflimmert haben soll. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das früher so geflimmert hat. Alright. Und jetzt müssten wir hier aber... Ja. Not a chance. Au. Au. Bin tot. Warum habe ich dir jetzt so viel Schaden genommen? Wo ist das passiert? Ich habe mich doch besser angestellt als beim letzten Mal. Ah, shit. Ja, ja. Wo habe ich meine ganze Lebensanlage gelassen? Übrigens süß, dass das quasi beim Overscreen... ...ähm, ähm, Screen... ...auch der kleine Zero Suit Samuskopf ist. Oh Gott, es sind zwar erst 20 Minuten vergangen. Ach, es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Schauen, ich gehe runter. Sehr schön. Was ist denn los? Okay, der fährt wieder hoch. So, den lassen wir mal wieder hier runterfahren. Das ist mir nämlich sicherer. Ich glaube wirklich nicht, dass ich aus dem anderen Raum rauskomme, ohne quasi... ...drauf zu gehen. Ich glaube, es geht einfach nicht. So, let's go. Wahoo. Shit. Hau. Yes. Smith ist erst hier automatisch direkt hinter mir. Jetzt kriegt ihr alles wieder, wenn es soweit ist. Huh. Ah, nein. Hoch mit dir. Okay. Wie soll ich das machen? Oder sind die jetzt... Nein, sie sind nicht alle weg. Was ist denn? Scheiße. Wie soll ich euch loswerden? So, okay. Okay. Ich habe heute Abend irgendwie einen Frosch im Hals. Wenn sowas von zurückkommt. So, ähm... Ein... Ähm... Ein Speedrunner, der dieses Spiel speedrunnt, hat mir am Ende vom letzten Stream gesagt, Ich glaube, dass es je nach Spieler irgendwas zwischen 30 und 45 Minuten dauert. Ich glaube, ich werde länger brauchen. Oder vielleicht nicht. Obwohl doch, ähm... Ich brauche, auch wenn ich jetzt zum Ziel rennen würde, mehr als eine Viertelstunde. Oh, wie ist er denn? Ein Old Bird? Ich glaube, er hieß Old Bird. So, ich weiß leider nicht mehr, wie man diesen Boss besiegt. Ich glaube, ich muss immer schießen, weil er die... Au. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie man diesen Boss besiegt. Oh. Ja, ja. Das Problem ist, wenn ich halt das Spiegelbild abschieße, ähm... Kriege ich Schaden. Das habt ihr vielleicht gesehen. Und von den Blitzen kriege ich auch Schaden. Das Problem ist, dieses Zeitfenster... Ist so extrem kurz. Aber ich liebe diese Katzchen, die hierher kommt. Ich finde die halt wirklich stimmungsvoll. Aber ich finde, sie sieht dafür, dass sie eigentlich für ein Gameboy gedacht ist. Auch auf dem großen Bildschirm. Gar nicht mal so schlecht aus. Die kleine Samus. Das ist wahrscheinlich mein, ähm... Unter Umständen ist das mein, ähm... Thumbnail. So, den ersten gibt's gratis. Und dann ist es die... Die Regel der drei. Au. Come on. Shit, ich brauch den aufgeladenen Strahl. Shit. Ah, das gibt's doch nicht. Das hat vorhin so gut geklappt. Shit. Au. Come on. So, und ab jetzt wird's kacke. Aha, au. Das ist das Problem. Ich hab vorhin nämlich schon versucht, die... das Erscheinen dieses Dings zu, ähm... vorauszusehen. Oh, das geht's nicht. Oh. Da Richter. Toilet. Oh. Oh. Das war's für heute. Kann ich die abbrechen? Nee, doch, ich kann sie abbrechen. Weil sie ist zwar schön, aber ein drittes Mal muss ich sie jetzt auch nicht sehen. Wie gesagt, die erste Münze ist gratis. Au. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Doof kann man sich denn anstellen. Au. So, Medaille 2. Medaille 3. Ah. Ah. Das bleibt halt echt nicht. Hat's geklappt? Nein. Shit. Ah, come on. Oh, Buh! Zwei knapp, zweimal knapp daneben geschossen, aber halt knapp vorbei ist auch vorbei, wie es so schön heißt. Dementsprechend, auf ein neues! Denn das, was wir bekommen, ist es allemal wert. Zeig schon! Können Sie mich erst bewegen? Scheinbar! Ach, mein Phaser hätte sich sonst auch gar nicht aufgeladen. Die erste Münze gibt's gratis. Zweite Münze. Come on! Dritte Münze. Und jetzt zählt's. Yes! Okay. Hier, hier sehen wir jetzt auch die Sachen, die nicht erkannt werden konnten. Das ist der Plasma-Beam, wie ich es vermutet hatte. Die Suit weiß ich auch. Ich weiß aber nicht mehr, was es bei Divers ist. Ist das der Spider-Ball? Ich glaube, es ist der Abstimmung gegenüber Angriffen. Gleicht Massenträger, äh, Massenträgheit im Wasser und Lava aus. Ach, der Space-Jump! Wir hatten den Space-Jump noch nicht? Moment, wir hatten doch den Space-Jump schon. Ach nee, wir hatten wirklich nur die Screw-Attack. Oh! Jetzt wird's nämlich lustig. Ermöglicht in der Luft, weitere Saltos zu schlagen. Dazu beim Salto erneut A drücken. Voll ausgestatteten Anzug erhalten. Und da ist sie, die Gravity Suit. Jetzt wird's zurückgeschlagen, ihr Knack-Tüten. Knack-Tüten? Egal. Jetzt wird's zurückgeschlagen, ihr Knack-Tüten. Wir sind aber noch nicht wirklich voll ausgestattet. Oh, okay. Ein wichtiges Item fehlt uns noch, das hat der Space-Pirate von mitgenommen. Ah, hier könnte man nochmal von vorn loslegen, okay. Warum auch immer. Ach ja, stimmt, wir haben ja den Space-Jump. Der lässt sich hier einfacher steuern, Tatsache, als, ähm, das machen wir jetzt nicht, als in späteren Teilen, meine ich. Zumindest als in Super-Betroids, weil ich hab das Gefühl, es kommt hier nicht aufs Timing an. Oh. Oh. Ah, hier gibt's auch noch was. Muss ich doch. Zack. Jetzt sind wir wirklich das mächtigste Wesen auf diesem Planeten. Wir werden aber vorsichtshalber noch ein paar Sachen mitnehmen Ah, hier kommen wir also wirklich nur mit der Pau-Bombe wieder zurück Wir haben das wirklich versiegelt, krass Und die Musik ist halt auch gleich viel heroischer Ja, wir kommen wirklich nur zurück mit der Pau-Bombe Bin wir noch sicher auf was machen, oder nicht? Boah, ich will erstmal nach rechts dieses Mal Weil jetzt ist man ausgestattet für eine Victory Lab Womit ich halt meine, dass man halt Hier nochmal alles abgrasen kann Beziehungsweise mit der Pau-Bombe Man bräuchte für die Victory Lab noch die Pau-Bombe Kann ich dich eigentlich auftöten? Ja Jokes on you Wird alle sterben Ich überlege gerade Ist das sinnvoll, wenn ich hier jetzt schon mal umdrehe? Ne Weil da war ein Bereich mit Power-Bombe Daran erinnere ich mich Dementsprechend gehen wir Nein, Quatsch Dementsprechend gehen wir Da längs Okay, wie komm ich ran? Aha Ich hoffe mal nicht, dass ich euch da nicht gesehen habe Ich bin Samus fucking Aran Ihr könnt mir gar nichts mehr Immer das mir also in den Rücken schießen zu müssen, okay Hier gibt's nichts Hier gibt's Ja doch, hier gibt's nichts Stimmt Die droppen auch keine Sachen Das ist für diese Gegner gar nicht gedacht Dass sie Leben droppen Wahrscheinlich, weil sie es sonst auch Obwohl, ne Sie können ja Obwohl, sie können sich gegenseitig töten Also dafür sollen sie Auch im Zweifelsfall Keine Keine Dings droppen Keine Keine Munition im Zweifelsfall sogar noch Ah Ich kenn das Versteck Hi Ja, ich bin ein bisschen leistig nicht Ich geb's zu Weil die machen schon noch Schaden Ah, ich brauch hier den Speedboost Okay Speedboost kriegen wir hin Er trifft Oh fuck Falscher Knopf Er hat den Sprungknopf nicht gefunden Okay Ich kann nicht auf uns springen Okay Dann komm ich da Von der anderen Seite Wachst du auf mich zu schießen Wurm So Wir sind auf der Suche nach der Nach der Powerbombe jetzt Aktuell Oh mein Gott Die Omega Piraten Nenn ich sie jetzt einfach mal Der Einfachheit halber Die Schwarzen sind neu Auf Okay Man kann sie also doch zerstören Mal kurz auf die Karte gucken Lass mich in Ruhe speichern Alter Okay Das war dumm scheinbar Geh ich halt hier raus So an der Stelle sind zwar die Gegner Jetzt kein großes Problem mehr Aber Aber Ähm Was noch ein Problem ist Ist dass ich gerade nicht weiß Wo ich lang muss Da gibt es noch was Irgendwo in diesem oberen Teil Ist die Powerbombe Ich glaube nämlich da oben Ganz oben ist die Powerbombe Ähm Und wenn ich mich richtig erinnere War das hier nämlich ein One-Water-Ding Ne Das ist so viel einfacher mit der Powerbombe später Aber Die haben wir ja noch nicht Oh Okay Stimmt doch einfach Ey Es wäre halt viel einfach So Kollege Jetzt kommst du mal hier hoch Wo wir im Wald ein bisschen Platz haben Gut Dann eben auf deine Art Hat ja kein Problem mit Ach So einer bist du Ich glaube von Deine Art hat Oh mir fällt gerade auf Ah das erzähle ich am Ende Ich erzähle am Ende Was mir auch fällt Ich glaube das fällt mir wahrscheinlich Immer wieder auf Wenn ich hier bin Das weiß ich Wenn ich das Spiel mal spiele Nein Es war eine Falle So das ist eine Powerbombentür Das heißt wir kommen hier nicht weiter Wo kann ich dann weiter Gegebenenfalls dort Ich merke mir das halt auch nicht mehr Okay aber ich mache mir wirklich Keine Sorgen mehr Dass das irgendwie Der Stream zu kurz sein könnte Du schießt mich hier nicht durch die Tür Oh Shit Wir müssen das alles normal holen Und jetzt haben wir auch wieder Diesen schicken schicken Helm Ich habe mich vorhin viel zu lange Mit diesem scheiß schwarzen Piraten Aus Ausgemehrt Das ist hier Bis zum nächsten Mal Und dann ist das Das ist das Und dann ist das Das ist das Das ist das Das ist das Und dann sind das Beweg dich! Mit Ewigzeit! So, ich tippe alles auf. Läuft doch schonmal besser als vorhin. Dadurch, dass ich jetzt zumindest wusste... Stirb. Der Name geht immer noch. Geht doch. Ah, shit. Der kann nicht nach oben. Der kann nur nach unten, der Schlingel. Ich mein, ich kann nicht weg. Aber damit wir hier nichts verpassen Aber es würde mich wundern, wenn das, woran ich glaube, hier jetzt ist Weil ich glaube, man braucht die Powerbomb, um zu verschwinden Ja Hier sehen wir ein Logo Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg Ja Ich glaube, das ist der richtige Weg So Beweg dich Diese Dinger sind ja echt kacke Die sind neu für dieses Spiel Weil ich meine zumindest, wir sind denen irgendwo begegnet Ich kenne sie hauptsächlich, wenn nicht sogar ausschließlich aus Super Metroid Ich glaube, in Fusion kommen sie nicht vor Und in 2 höchstens im Remake, würde ich behaupten Wenn überhaupt Es gibt übrigens Kleiner Teaser Es gibt übrigens Tatsache Eventuell eine Möglichkeit Das ist die Möglichkeit, dass ich doch Ähm Metroid 2 Das Original für den Gameboy Streamen werde Weil ich habe mir eine Kopie Ähm Von dem Spiel am Wochenende auf Ebay gekauft Die müsste diese Woche ankommen Und dadurch, dass ich ja die Metroid-Teile jetzt eh nicht am Stück weg Streamen will Ähm Werde ich dann ein bisschen im Test nicht Weil das Problem ist Zumindest, was ich gehört habe Ähm Ich glaube, ich habe es auch schon mal in den Pokémon-Stream erwähnt Das Problem, was ich halt habe, ist Dass ich nicht weiß, wie Die Spiele in Gameboy-Spielen Äh Die Batterien in Gameboy-Spielen funktionieren Weil die Batterien für den Speicher Von alten Gameboy-Spielen Unter anderem Die ersten Pokémon-Generationen Ich glaube sogar Gold und Silber Also Gen 2 könnte vielleicht auch betroffen sein Da soll ich Da ist es wohl möglich, dass die Batterien von Von den Cartridges alle sind Und wenn ich das richtig verstanden habe Kann das halt sein, dass sie da nicht mehr speichern Dass nicht nur der Speicher gewiped wird Was Ein Grund ist, warum ich meine Original Ähm Pokémon-Spiele auch nicht mehr anrühre Tatsache So weird das klingt, aber Es sind Schrödingers Pokémon Solange ich die Spiele nicht anfasse Sind sie gleichzeitig tot und lebendig Ähm Auf jeden Fall Ich weiß halt nicht, ob diese Kopie von Metroid 2 noch speichern kann Weil wenn sie es nicht kann Kann ich sie auch nicht streamen Weil ich im Leben nicht Ähm Metroid 2 am Stück An einem Abend weg streamen kann Weil ich würde behaupten Ich brauche wahrscheinlich für Metroid 2 Am längsten Sagen wir am längsten Weil ich gerade nicht weiß, wie lange ich hierfür brauche Ich glaube wir sind jetzt gerade bei Stunde 4 Wir knacken 4 Stunden Wir sind irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden glaube ich Weil ich habe am Samstag Ja am Samstag habe ich schon fast 4 Stunden gestreamt Äh Wir sind also Jetzt schon bei irgendwas zwischen 4 und 5 Stunden Das heißt wir landen vielleicht bei irgendwas zwischen Ähm 5 und 6 Stunden Und ich würde behaupten Für Metroid 2 Da ist er Für Metroid 2 brauche ich mindestens 6 Stunden Wenn nicht gar länger Ähm Weil das Ding hat keine Kartenfunktion Ähm Das Ding hat keine Kartenfunktion Und dementsprechend Bin ich da natürlich ein bisschen gekniffen Zack Sehr schön Gucken wir noch kurz nach oben Hier gibt es nichts Gehen wir weiter Habe ich die Bombe verschwendet? Ich habe sie nicht verschwendet Ich habe nicht richtig erlatt Und hier kriegen wir auch gleich schon Munition dafür Weil warum nicht? Ah guck mal Man kann es sogar umgehen Das ist ja cool Äh Dann mache ich das doch gleich mal Was ist eigentlich hier? Nix Okay Na Dumm Also theoretisch kann ich jetzt direkt Schnurstracks zum Zum Ausgang Sag ich mal Aber will ich das? Ich glaube ich will das Tatsache Dann machen wir nämlich Ich versuche mein Bestes Weil dann machen wir keine Victory Lab Wir versuchen auch das Schiff ganz zu erkunden Weil ich glaube wir müssen Wir müssen glaube ich sogar nach oben Weil ich mich richtig erinnere Wir müssen nach oben meine ich Weil ich glaube da öffnet man nämlich diese Türen Oh Oh Ich habe mich geirrt. Seht ihr diesen Raum? Ich habe vorhin gesagt, dieser große, lange Raum ist es. Der ist es aber nicht. Es ist der Raum. In dem Raum wartet der letzte Boss im Spiel. Also bringen wir es zu Ende. Auch wenn es dadurch eventuell der kürzeste Stream ist, den ich jemals gemacht habe. Obwohl, weiß ich gerade nicht. Er ist auf jeden Fall mit unter den kürzesten. Sagen wir es so. Man hört ihn schon. Ist nicht ein Prototyp. Von Metal Ridley. Mal kurz was versuchen. Nein, okay, das trisset ihr nicht. Ah, ein Blitz of Kroppi. Au, das war dumm. Ja. War zu cocky. Ich habe zu viel Schaden geschluckt, obwohl ich es gar nicht müsste. War aber ein bisschen Spaß. Und weiter geht's. Zack. Zack. Der Weg ist so viel angenehmer als bei Mother Brain. Und ich glaube, mit ein bisschen gezielteren Power Missiles kann ich es vielleicht sogar noch schneller schaffen. Und das ist so lächerlich, dass das halt hier... Egal. So, mal gucken. Kann ich hier vielleicht schon ein paar gute Shots landen? Landen. Metal Ridley. Na, Meta Ridley. Ich vergesse mal, wie der offizielle Name ist. Aber er ist auf jeden Fall der Prototyp davon. Was wir dann in, ähm... Prime quasi sehen. Ja, shit. Au. Wenn wir den Hals da wegnehmen. Au. Ah, shit. Da lässt er ihm sogar Zeit. Was? Alter, wie viel Schaden macht er denn? Wie viel Schaden macht er? Oh mein Gott. Der haut ordentlich zu. Weil ich sehe... Tatsache, bei... Bei den... Leben... Da hat er tatsache auch gerade kein... Kein... Ach, shit. Sind die hier wach? Ähm... Kein Spielraum für... Für, ähm... Noch eine zweite Reihe? Alter, warum bin ich denn jetzt schon wieder... Egal. Wir versuchen es trotzdem. Wie viel Schaden macht er? Oh, da oben ist noch ein Ausgang. Achso, damit würde ich wahrscheinlich einfach wieder runter... Ähm... Rauskommen. Wie viel Schaden macht er denn? Ich muss mal darauf achten, wie viel Schaden seine komische Kralle macht. Der Anfang von ihm erinnert halt... Erinnert halt derbe an, ähm... Nightmare. Okay, der Feuerball macht 30 Schaden. Oh. Come on. Gut doch. Okay, er müsste gleich da uns gehen. Bingo. Und das war Meta-Ridlay. Und jetzt müssen wir schnell sein, glaube ich. Ich glaube, wir müssen schnell sein. Ja. Wir müssen schnell sein. Oh. Okay. So, ich glaube, die Zeit war nicht mal knapp, die man hier hat. Na, trödeln will ich trotzdem nicht. Oh, das wird ein ganz schlechtes Ranking. Ich will schon mal vor... Ähm, ich behaupte, wir werden nicht... Also, sie würden nicht mal den Helm abnehmen. Das prophezeie ich jetzt schon mal. Die halt alle kopflos hier einfach rumstehen. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Ich weiß gerade wirklich nicht. Könnte sein, dass ich falsch abgebogen bin. Ah, ne. Hier ist nur noch eine Tür. Ah, shit. Das haben sie clever gemacht. Oh, beweg dich. Oh, das ist nicht ein Scheiß... Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin auf dem richtigen Weg, okay. Oh, mach hin. Ja. Ja. Man könnte ja meinen, dass... Also, wenn es logisch wäre, könnte man sagen, dieses Ding soll eine Ladezeit überbrücken. Aber diese Stelle unterscheidet sich ja von keiner anderen Stelle. So. Und... Stirb. Nicht du, Samus. Bingo. Oh, du, Zack. So. Und wir können. Und wir können. Ciao. Und wir können. Oh, super. Oh, super. So, mal gucken. Ich glaube, wir haben nämlich nicht viele Prozente gesammelt. Mission abgeschlossen. So, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe. Ich habe über 5 Stunden gebraucht. Auf jeden Fall. Sie setzt nicht mehr den Helm ab. So, aber bevor es jetzt... So, meine berüchtigte... Credit-Kritik. Erstmal würde ich sagen, wo ich vorhin meinte, oh, ich glaube, ich weiß, mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich glaube, dass immer, weil ich in diesem Schiff bin, und dann fällt mir ein, nee, das kann nicht sein. In Super Metroid gibt es ein Gebiet, das heißt das Wrecked Ship. Es gibt einige Theorien darüber im Internet, meine ich. Auf jeden Fall hatte ich kurz gedacht, das Schiff ist das Wrecked Ship. Aber es gibt ein großes Problem. Es ist auf der falschen Seite. Weil es ist, ja, im Prinzip westlich. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es eine Landkarte ist, die wir angucken, es ist auf der Karte links von allem anderen, von dem Hauptgebiet des Spiels. Dementsprechend sagen wir einfach mal, es ist westlich. Und es müsste eigentlich östlich sein. Ähm, ja, ansonsten zu Metroid Zero Mission. Es ist nicht mein Lieblingsteil. Es ist aber Tatsache, ähm, besser als das Original in Metroid zu spielen. Unspielbar meines, äh, unspielbar meiner Meinung nach. Jan Peitzmeier, vielen Dank für die deutsche Übersetzung. Ähm, ja. Ähm, Super Metroid, äh, Quatsch, Metroid Zero Mission ist... Aber das Schlechteste der Reihe würde ich jetzt nicht sagen. Weil ich würde tatsache sagen, objektiv gesehen sind halt Metroid und Metroid 2 schlechter. Aber das liegt halt einfach an der Limitierung ihrer Existenz. Oh, ne, alright. Oh, wir sind schon... Das waren die Credits. Okay, dann, äh, schauen wir uns jetzt mal das Ergebnis an. Ach stimmt, sie hatte da was reingekritzelt. Ich hätte es schon wieder vergessen. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, sie setzen den Helm ab. Okay. 5% haben wir. Ich tippe irgendwas zwischen... Äh, 67 und 80. Drei Stunden nur. Okay. Gefundene Items. Wieso oft gestorben? Das ist... 54? Oh, nicht mal 60%. Ja, aber wie gesagt, man könnte im Prinzip eine Victory... In der Victory Lab, also quasi an dem Punkt, wo wir gerade waren, mit der Powerbomb. Hätte ich jetzt nochmal im Prinzip den ganzen Planeten ab... Ähm, ab... Äh, äh, äh... Abgrasen können. Das war das Wort, abgrasen. Äh, und das ist als Sache auch mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, macht das... Äh, Metroid 2 Return of Samus. Äh, Samus Returns. Ich vergesse mal, was das Original und was das Remake ist. Ich meine das Remake. Ich glaube, Return of Samus ist, ähm, das Remake. Hä? Moment. Das gucke ich jetzt nach. Das macht mir ja wahnsinnig. Moment. Metroid... Zwei. Ne, Samus Returns ist das Remake. Samus Returns ist das Remake. Äh... Return of... Samus ist das Originalspiel. Äh, auf jeden Fall das Remake von Metroid 2. Samus Returns. Macht einen ähnlichen Fehler. Dass man halt im Prinzip, wenn man... Ja, ich sag mal, das letzte Item hat, nochmal so eine Victory Lap machen kann, weil... Mit der Fähigkeit, die man dann quasi... Passiv, sag ich jetzt mal, kriegt. Man halt auch nochmal viel abgrasen kann. Finde ich immer ein bisschen doof, weil es fühlt sich unnatürlich an. Ähm, wenn man quasi auf dem letzten Meter dann nochmal abgrasen kann. Ähm, was dieses Spiel auch, Achtung, Spoiler, für das Remake von Metroid 2. Was dieses Remake hier auch schon gezeigt hat, scheinbar ist es... Es gibt zwar erst zwei Metroid Remakes, aber scheinbar ist es Tradition bei Metroid Remakes, dass man am Ende einen unnötigen Kampf gegen Ridley mit einbaut. Hier war es der Prototyp von Meta-Ridley. Und in... In... Metroid 2, Samus Returns, kämpft man gegen... Ich weiß gar nicht, welches Vorwort dieser Ridley hat, aber man kämpft gegen Ridley. Einfach so. Ähm, ist kein schlechter Kampf, aber... Er ist halt reingequetscht. Man merkt schon, dass es Shoehorned-In ist, um... Für Fanservice. Ich würde sagen, das gilt als Fanservice. Ähm... Ansonsten... Ja, es ist ein solides Spiel. Ich spiele es zur Tatsache ab und zu mal gerne. Was heißt ab und zu? Ich habe es ewig nicht gespielt. Weil ich... Ich mag irgendwie den Flair, den es hat. Äh... Es ist... Knalle bunt. Ist Fusion zwar auch... Zu Fusion passt das nochmal anders. Diesen Epilog. Also das, was ich mit... Also das, was nach Mother Brain kommt. Ähm... Finde ich nicht so geil. Es ist mal was anderes, Tatsache. Weil man halt hilflos ist. Man ist halt hilflos. Das kennt man sonst aus Metroid nicht. Nicht in der Form. Ähm... Und deswegen... Das ist Tatsache was... Wo ich es hier jetzt gerade nochmal gesehen habe. Was eins zu eins man so schon in... In dem Trailer-Material, beziehungsweise in dem... Ähm... Trios-Material sehen konnte zu... Metroid Dread. Und ich bin so gespannt auf Dread. Und... Ich bin gespannt, was es noch für Mechaniken hat. Ob man diese... Diese Roboter irgendwann besiegt. Aber das ist jetzt alles anders. Aber dieses... Man ist hilflos gegen einen Gegner und muss fliehen. Das gibt es auch in Fusion. Aber in Fusion ist das immer ein anderes Ding. Das ist seltener. Und bei Dread wirkt es so, als wäre es... Also als wäre es was... Was reguläres. Was immer wieder passiert. Ähnlich wie jetzt in dieser Tempel-Sektion... Äh... In diesem Tempel-Bereich... Jetzt hier am Ende. Ähm... Wenn es gut läuft... Wenn es gut läuft... Ist der nächste Metroid-Teil, den wir spielen... Metroid 2... Return of Samus. Für den Game Boy. Wie... Wie wird das laufen? Erstens werde ich testen, ob ich... Ähm... Ob das Spiel noch speichern kann. Zweitens... Muss ich gucken, wie ich meinen... Gamecube... Gamecube... Ja, ihr habt richtig gehört... Meinen Gamecube... An die... Ähm... Capture Card anschließen kann. Dass ich hier ein Bild hinkriege. Und... Ähm... Hoffen, dass der Gameboy-Player, den ich für das Ding habe... Immer noch funktioniert. Dafür muss ich nochmal in den Keller... Die Disks holen. Weil ich glaube... Angeschlossen... Ich habe den Gameboy-Player nie abgemacht... Vom... Vom Gamecube... Solange ich ihn habe. Ich hätte immer gehofft, dass es ähnlich wie den Gameboy-Player... Einen DS-Player für die Wii U geben wird. Weil es perfekt funktioniert hätte. Auf dem Touchpad... Äh... Auf dem... Auf dem Tablet... Wäre das... Wäre das Touch-Display für das DS gewesen. Und auf dem Fernseher halt das normale. Hätte ich cool gefunden. Kam leider nie. Ähm... Und jetzt ist die Chance vorbei. Die Wii U... Ist eine Konsole, die leider, leider, leider... Hinter ihren, ähm... Chancen blieb. Durch schlechtes Marketing. Ich meine... Wii U. Die meisten, die... Die mit der Wii quasi durchgestattet sind. Die Casual Gamer, die man ja mit der Wii abgrasen konnte... Und wollte. Die wussten alle nicht, was die Wii U ist. Ob das was Neues ist. Ob das ein Präferiergerät ist wie Wii Fit. Wusste keiner. Und dann halt der... Der Mangel an Spielen. Vom Exklusivspielen. Ich erinnere mich... Ich hatte die Wii U damals vorbestellt. Zusammen mit Pikmin 3. Und Pikmin 3 wurde mehrfach danach noch verschoben. Und kam, glaube ich, fast ein Jahr später erst raus. Ich glaube, ich hatte in einer Zwischenzeit aus Verzweiflung... Batman, ähm... Arkham City gekauft. Für die Wii U. Ist ein gutes Spiel. Auch auf der Wii U. Aber ich glaube, es ist nicht die perfekte Plattform für... Egal. Wir schweifen ab. Wenn alles gut läuft, wie gesagt... Spielen wir Metroid 2 als nächstes. Irgendwann in den letzten Wochen mal gucken. Ähm... Wenn es nicht gut läuft, spielen wir... An irgendeinem Samstag mal... Super Metroid an einem Abend durch. Sollte ich hinkriegen. Weil ich weiß tatsächlich nicht, wie diese 3 Stunden entstanden sind. Tut mir leid. Ich weiß es wirklich nicht. Aber bei Metroid... Äh... Bei Super Metroid gibt es halt keine Cutscenes. Dementsprechend müsste das... Ähm... Beziehungsweise bei Super Metroid durfte ich auch nicht so oft sterben. Weil da habe ich... Habe ich die Switch-Steuerung. Da kann ich auch die Knopfüberlegung offiziell ändern. Bei Fusion wird das nochmal interessant. Weil ich es da auch nicht kann. Ich muss mal gucken. Ich habe Fusion auch für den GBA. Ähm... Hätte ich zwar auch mit Zero Mission gehabt. Aber Zero... Aber der Gedanke kam mir noch nicht. Weil die Wii U kann ich schneller mit dem HDMI-Kabel. Ich glaube, der Gamecube hat regulär keinen HDMI-Anschluss. Sonst war es das damals noch nicht gab. Soweit ich weiß. Ähm... Sonst hatte ich glaube Zero Mission auch schon auf dem Gameboy-Player gespielt. So kann ich es vielleicht nochmal versuchen. Ob es Sinn macht. Wird sich zeigen. Weil es gäbe dann einen kleinen Vorteil, den ich mir erhaschen kann. Wird sich aber zeigen. Alles zu seiner Zeit. Fusion ist erst ganz zum Schluss dran. Vor Dread. Erstmal jetzt mit viel Glück Metroid 2. Und mit weniger Glück, aber dafür... Garantiert irgendwann Super Metroid. Und dann Metroid Fusion. Und dann ist es soweit. Dann kommt Dread. Und auf YouTube habe ich schon angefangen mit dem ersten Video. Das ging heute online. Ähm... Eine Metroid 2D-Playlist zu machen. Weil die Metroid-Teile brauchen immer nicht lange. Wir haben jetzt für Fusion... Vier Parts gebraucht. Ich glaube ja. Vier Parts. Ich habe es auf vier Parts aufgeteilt. Ähm... Ich hätte es glaube ich auch in drei schaffen können. Hätte ich mich angestrengt. Wenn ich auf die Uhr gucke. Aber egal. Vier sind es auch okay. Bei Metroid 2 kann ich es noch nicht abschätzen. Ich tippe mal... Ja. Könnten es unter Umständen auch drei Parts werden. Das zeigt aber... Jeder Part... Also die ersten zwei Parts waren grob anderthalb Stunden lang. Dann der dritte war eine Stunde. Fast aussch... Ah, deswegen. Weil ich... Fast ausschließlich diese Stunde an... Ähm... Äh... Mother Brain gesessen. Gesessen habe. Und jetzt hier nochmal eine Stunde. Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ich bin doch nicht so oft gestorben, oder? Egal. Unwichtig. Ich beendere jetzt auch den Stream. Ähm... Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe es hat Spaß gemacht. Moment. Halt. Stopp. Ich will noch was nachgucken. Wir haben noch was. Galerie ist nun unter Optionen. Original Metroid. Ich wusste es. Wir schauen mal... Wir schauen kurz unter das Original Metroid. Äh... Nein, ich will nicht das Spiel starten. Option. Original... Wir gucken... Was ist in der Galerie eigentlich? Nur das? Okay. Kann man... Das klingt glaube ich in Fusion auch. Ähm... Egal. Ey... Original Metroid. Wir gucken mal jetzt nur kurz. Vielleicht 10 Minuten oder sowas. Start. Hier. Guckt es euch an. Das ist das Original Metroid. Alleine die Sprungphysik ist schon ganz anders. Und... Jetzt gehen wir hier lang. Das erste Metroid... Oh, hier und schon der erste... Hier sind die Gegner schon wieder respawnt. Das erste Metroid hat auch kein Kartenmenü. Das kam... Erst mit Super Metroid. Au. Davor... Also Metroid 2 auf dem Gameboy. Hat auch kein Kartenmenü. Freut euch darauf. Gott, ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf. Mit schon eins. Ah, man kann nicht mal hocken. Man kann nicht mal hocken. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. So, hier geht es glaube ich gar nicht weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Ach ja, ich habe schon wieder vergessen. Man kann nicht hocken. So, wir sind gleich tot. Au. Woll ich clever sein und dem ganzen ausweichen? Ich lebe noch. Ich bin tot. Game over. Safe for progress? Klar. Continue playing? Klar. Ich könnte mir jetzt natürlich noch hier Passwörter raussuchen für... Für Metroid. Da gibt es einige witzige. Zum Beispiel den Bath... Den Badeanzug... Cheat. Wo sie komplett ausgerüstet ist. Aber halt... In ihrem Outfit rumläuft, was man quasi freischaltet, wenn man das Spiel durchgespielt hat mit... Wahrscheinlich 100%. Welche raten muss ich? Ich meine, es ist ein altes NES-Spiel. Die sind kackeschwer. Ich bin schon wieder fast tot. Ich habe halt auch keine Reichweite. Das ist halt... Und ich spreche jetzt ausnahmsweise mal nicht von Twitch. Äh... Ich bin so gefi... Ich bin wieder tot. Ja, lassen wir das. Äh, ich habe gezeigt... Super Metroid... Obwohl wir... Wir holen uns mal jetzt einen Code. Nein. So... Continue playing. Metroid... Justin Bailey? Was ist der? Weil der wird mir gleiche... In den Suchmöglichkeiten angezeigt. Option. Original Metroid... Hier komme ich... Ah, mit Select. Äh... Okay. Ja... Den... Bayley. Weiß nicht, was jetzt passiert. Bayley mit E-Y. Und jetzt füllen wir das hier wahrscheinlich noch mit Nullen auf. Error. Try again. Das ist nicht richtig. Jetzt kann nicht richtig sein. Oder muss ich jetzt klein schreiben. Was ist das für ein kleinschreiben? Error? Error? Das sieht hier auch anders aus. Gehen wir auf Wikiroid. Das scheint der Code zu sein, wie ich meine. Ah, okay, 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 okay. Das ist der Trick. Okay, okay. Ähm. Okay, jetzt müssen wir es groß schreiben. Das ist scheinbar nämlich der Code, den ich meine. Äh, ist es. Oh mein Gott. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt bei Ridley. Okay. 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 Das sieht auch wie schmerzhaft aus. Ich habe auch leider keine Munition. Oh, krass. Das ist Gesundheit. Oh mein Gott, das ist die Screw Attack. Ich habe jetzt gerade gesehen, wie die Explosion einfach mal auf dem anderen Bildschirm weiterging. Oh, das war bei mir schief. Oh, der kann nicht sterben. Okay. Und nicht für die Gesundheit da noch. Come on. Das ist Bonus-Content jetzt. Justin Bailey. Aber ihr seht glaube ich schon das Problem, was ich mit dem... Was ich glaube ich zwischendurch auch schon mal erwähnt hatte. Oh Gott, wie es halt einfach mal laggt. Wenn es so viele Sachen auf dem... Ähm, das hat... Die... Die Sachen einfach nur... Au. Au. Einfach nur, ähm, die Farbe wechseln, weil man sonst... Sich halt nicht viel tut. Ja, jetzt sind wir schon wieder im selben Raum wie vorhin. No, ich sterbe. Boah. 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 Okay, gehen wir weiter. Au, 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 au. Ich sterbe. Oh, Gesundheit. Au. Au. Au, ich stecke fest. Okay, das ist mein... Oh, ich lebe noch. Come on. Piu, piu, piu. Das geht's nicht. Und das... Das war halt auch noch so ein Problem. Das ist halt... Woher sollte man das wissen? Ich wusste es jetzt halt... Weil ich weiß, dass man... Halt... Darauf achten muss im ersten Metroid. Aber ansonsten... Woher soll man es wissen? Ah, verdammt. Man kann sie ja nicht festhalten. Wollt ihr jetzt etwa den... Den Eisbeam dafür? Scheinbar. Ja, dann endet das Spiel hier. Au. Raus. Ja. Ich glaube, wir belassen es hierbei. Wir lassen Samus noch mal sterben. Kurz. Damit dieses Piepen nämlich aufhört. Ju, 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 ju. Ja. So. Das war es jetzt aber wirklich. Ich habe euch noch mal... euch das OG Metroid gezeigt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ich bin's nicht. Ich mag Metroid 1 nicht. Ähm. Aber... Wir haben sogar Justin Bailey, den Justin Bailey Code ausprobiert. Was will man mehr? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Dieses Mal wirklich. Weil 90 Minuten ist ein guter Stream. Ist ein guter Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe schon genug über die Sendepläne verloren. Aber... Ich will auch sagen, morgen ist Digi-Dienstag. Ähm. Freut euch darauf. Und... Nun. Ist es aber wirklich Zeit. Und ich wünsche euch einen fantastischen Restabend. Und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.